Ich hätte es mir als Kind nie träumen lassen, dass ich das noch alles sehen würde. Der Mond von hinten. Der Mond von hinten hat mich enttäuscht. Da hätte ich mir mehr erwartet. Und die sollten es sehen, die nackten Jünglinge mit den Blumen vorn. Hoffentlich keine voller blühten Rosen. Lies mal weiter. Computer, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie nunmehr Mitglieder unseres Clubs sind. Und überreichen wir Ihnen Anliegen die Mitgliedskarten für das laufende Jahr. Kaufen auch Sie, ohne zu bezahlen. Alles andere wird durch uns erledigt. Wir sind dazu da, um Ihnen Freude zu machen und Ihnen das Leben zu verschönern. Ist das nicht wundervoll? Ich weiß, dass es vulgär ist, aber ich liebe dieses Wort. Brillis, 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 Brillis! Wir verhandeln heute die Strafsache gegen Fräulein Mary Ann und Fräulein Hilling-Louise Carter wegen fortgesetzten gemeinschaftlichen Betruges. Wenn Sie sich das noch einmal wiederholen, Angeklagte, muss ich Sie wegen Missachtung des Gerichts in eine Ordnungsstrafe nehmen. Bist du 200 Dollar Geldstrafe. Oder Haft, bist du zwei Wochen. Wenn ich dann vielleicht um Haft bin. Ja, wir sind ja im Augenblick vollkommen abgebrannt.